Hallo liebe Zuschauer, heute präsentieren wir euch eine innovative Ladelösung für Elektroautos, das Wissen RG Typ 2 Ladekabel. Mit einer Leistung von bis zu 11 Kilowatt bietet diese Mobile Wallbox eine enorme Ladegeschwindigkeit. Doch das ist längst nicht alles. Das Kabel ist kompakt, leicht und lässt sich dank der mitgelieferten Tragetasche überall hin mitnehmen. So können Elektrofahrzeuge nicht nur zu Hause, sondern auch im Büro oder unterwegs aufgeladen werden. Lassen Sie uns gemeinsam die zahlreichen Vorzüge dieser praktischen und leistungsstarken Ladelösung entdecken. Das Herzstück des Wissen RG Typ 2 Ladekabels ist seine beeindruckende Ladeleistung von bis zu 11 Kilowatt. Mit diesem Tempo können Elektrofahrzeuge in kürzester Zeit wieder auf volle Kraft gebracht werden, ideal für den Einsatz im Privat- und Geschäftsbereich. Doch nicht nur die Leistung überzeugt, sondern auch die durchdachte Sicherheitsausstattung. Die Mobile Wallbox verfügt über zahlreiche Schutzfunktionen wie Überstrom-Bindestrich, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. Damit ist ein zuverlässiger und sicherer Ladeworgang garantiert. Darüber hinaus ist das Ladekabel nach IK 62196-2 zertifiziert und mit C-Kennzeichnung versehen. Ein weiteres Highlight des Wissen RG Typ 2 Ladekabels ist seine hohe Mobilität. Mit einer Kabellänge von 6 Metern lässt es sich überall flexibel einsetzen, ohne dass zusätzliche Kabel verlegt werden müssen. Dank der robusten stoßfesten Bauweise ist die Mobile Wallbox auch für den Outdoor-Einsatz geeignet und kann problemlos sogar von einem Fahrzeug überrollt werden. Für den Transport und die Aufbewahrung des kompakten Geräts sorgt darüber hinaus die mitgelieferte Tragetasche. So ist die Ladelösung jederzeit einsatzbereit und kann problemlos mitgenommen werden, ideal für Pendler, Camper oder Besitzer von Zweit- und Dienstwagen. Zusammengefasst bietet das Wissen RG Typ 2 Ladekabel eine überaus praktische und leistungsstarke Lösung für das Laden von Elektroautos. Mit seiner hohen Ladeleistung von 11 Kilowatt, der robusten Bauweise und der hohen Mobilität überzeugt es auf ganzer Linie. Zudem ist es mit umfangreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet und entspricht den aktuellen Normen und Zertifizierungen. Der faire Preis rundet das Paket ab und macht es zu einer echten Alternative zu stationären Wallboxen. Wer also auf der Suche nach einer flexiblen und zuverlässigen Lademöglichkeit für sein Elektrofahrzeug ist, der sollte sich das Wissen RG Typ 2 Ladekabel unbedingt genauer ansehen.